Ist sie auch. Ist es jetzt komplett eine andere Map, Karte und so auch? Ja, alles anders. Alles, okay. Oha, Winter, schau mal, James. Ja, Mann. Das hat was, das hat was. Hey, Drohne! Ja, könnt ihr auch nehmen. Okay, G2, G17. Matkit. Ne, keine Pistole. Ah, Sniper, okay. Falle. Hey, hier ist eine Ding, hier gibt ihr die, hier. GPS-Sensor. Jank, bist du das? Ja. Ich geb dir die Sniper-Munition. Warte, komm her, wo bist denn du? Und dann gebe ich, äh, Emre, die Pistole. Warte, ich geb dir die GPS-Sensor. Ja, ich trag die Fallen und alles so. Ihr übernehmt die Waffen. Warte, gib dir auch die Falle. Tablet, Tablet, nimm Tablet mit. Warte, ich geb die Falle. Ja. Damit ihr über die Kamera gucken könnt. Ja. Ist hier noch was? Hier, Signal. Ey, Winter ist viel krasser, alter. So, auf geht's, wir haben alles. Die Grafik ist schon krass, oder, Cenk? Sehr gut. Dafür ist das älteres Spiel. Wartet mal kurz. Lecken tut, leckt das bei euch? Nein. Nee. Bei mir ein bisschen, aber Laptop weiß ich nicht. Bei mir gibt's auch zwischendurch so Ruckler. Ich verstehe aber nicht, warum. Ja, aber ist gut. Das kann auch sein wegen Degen. Bei mir halt nicht. AMD Rise. AMD ist bisschen verbuggt, Digga. Das ist... Das lecken tut's nicht nur. Nee, stopp nur zwischendurch mal. Stopp weiter, stopp weiter. So, das ist komisch, Digga. Ja, so komische FPS-Straps, ja, ja. Ja, jetzt einfach rum, aber, Bro. Bei mir auch so. Weiß ich nicht. AMD, das ist AMD-Bug. Ja, ja, AMD war. Ich hab 16 Kampels, da gibt's kein Sinn. André Jensen ist nur für Degen NVIDIA. Allah, Allah. Boah, schau mal in den Himmel an. Deswegen leckt's doch bei mir nicht. Ja, Polarlöchter. Du hast Intel, gell? Ich glaub schon, ja. Ega, ich will auch wieder zu Intel. NVIDIA halt. Bei mir leckt's eigentlich gar nichts. Es leckt nicht, nur diese... Zack, weiter, zack, weiter kurz. Dumm. Oh, fuck. Gib ihn. Nein. Boah, wir brauchen die Mutti. Warte, wie krass. So, schon, denn so Werwolf-Dinge. Wo ist der? Sieht den jemand? Da ist Bär. Ich weiß aber, da leuchtet's. Ah, ne. Wo ist das tot hin? Hier. Oh, nein. Weg, weg, weg. Bärmen und Wölfe sind nur unnötig. Munition und Heilverschwendung. Boah, Digga, die Grafik ist schon heftig, Alter. Bigfoot sieht anders aus hier, ne? Der müsste normal als Neti sein, ja. Ich glaub, so Winter, dunkel. Ich find die Map viel klasse als die andere Jank. Die ist viel geiler, ja. Auch eindeutig. Ne. In der Tasche. Soll, die kann man übers Wasser laufen. Dunkel. Eingefroren. Aber wenn er hier nicht gestunt wird, dann haben die doch irgendwas gemacht neu, wahrscheinlich. Glaub ich nicht, weil wie gesagt, beim ersten Angriff hab ich ihn doch auch gestunt. Ja, stimmt, ja. Ist das geil, wenn das Wasser sich zusammenbricht Ja, dann wären wir tot Ist nichts Er spielt mit VR-Brille Du läufst wie Krippel, Digga Du auch, Shag Der hat hier auch eine Höhle auf der Map, also so eine Eishöhle Was können wir da machen? Da gibt es eine Shotgun in der Eishöhle Oha Ich weiß aber halt nicht mehr, wo die war Ja Hier ist nichts Ich weiß gar nicht, steil runter hier Alter, schau mal wie krass es ausschaut Ja Ja Mein Messer ausprobieren, schärfen Ja Ja Ah, diese Ausdauer, Mann Oh Wie? Jack spielt auch noch mal, ja Ja, ja Sie nervt das gar nicht Junge, spiele halt, Mann Das interessiert mich auch nicht Boah, die Map hat schon was, ne? Warte ich mal Warte ich mal Wo sind die Häuser? Weg Alle weg Was wir grad schwer nichts finden, ist so schlecht Hier oben ist ein Licht oder so Ja Ja Die Map ist riesig, Alter Klar, alle Maps sind riesig Junge, wie haben die das gemacht, Mann Schon heftig, Bro Ist doch Guck mal, äh, aus Deswegen, der muss halt auch ewig laufen, bis er bei uns ist Guck mal Kennst du hier die Stelle alle? Ein paar, ja Da ist ein Haus vorne Ja, ich weiß, aber ich guck auch hier wegen dem Zettel Nein, nein Kein Zettel, Mann, was ist denn? Kein Zettel, Mann, was ist denn? Ja, das ist dumm Ah, schade, man kann nicht mit Controller spielen, geht nicht Fuss 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 Aua macht aber nur 1 damage alles gut Big food come on man let's go Habt ihr was gefunden ja ein camp Ah hier steht aber nichts drauf Ja so sehen die Zettel halt aus nur mit einer Farbe und halt nur mal drauf Ne ich will doch Holz hauen Ja dann haut da ne Falle auf Was geht was geht Was geht abbalde Was Ja bei dir Ich bin ein großer Fuß Großer Fuß Ja big food Ja 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 Ich glaube man kann die Vorhänge und so zu machen Digga Kannst du auch Ey es tut mir leid dass noch ein Streich über Weg wird auf einem Snowboard dann schwere ich dir dass wir fertig mit dem was Hä Ich kann die Falle Ich kann die Falle ah doch kann ich Ja hier ist nichts ne hier ist auch keine Waffe aus Ja 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 Großer Fuß Loos Was geht hier ab Oh Der hat den toten Körper gefunden ich hab den gesehen ja mein handy untersuchen ja ja die schreiben sich nachrichten rest in peace daniel was geht ab wer von euch beiden hat die sohle ich habe die sohle das nicht hier ich glaube man kann mit dem fahren oder das aber hier gibt es normal so seil dinge wo man runter kann normalerweise oder doch nicht dann ist es ein anderer spot wo das ist da bin ich lieber weiter gehen anstatt runter da geht es ja nicht weiter da hinten und Okay. Da ist er! Ich hab keine Waffe Da vorne ist der Ja, ich hab trotzdem keine Waffe, den müsst ihr kennen Wie schnell der ist, Alter Komm, liegt jetzt mal hier bitte irgendwo ein Zettel Hier ist eine Zahl 8729 Was? Hier ist ein Code 8729 8729 grün, okay Ja, das ist schon noch den passenden Tresor finden Hoffentlich ist da die M4 drin, das würde alles so einfacher machen M4 selten anscheinend Ist klar Ist auch die stärkste Waffe Ja Hallo meine Mausi Ja? Hast du mich vermisst? Das war ein Haus Ja Und was machst du auch? Äh, Alter? Nix Chillen Chillen Das war, hast du kein Arbeiter Ja Ich hab schon wieder Ja Stimmt, stimmt, stimmt M4 Hey, wieso? M4? Jo Ich hab doch Elternzeit Ah Hier ist Millimeter 7,6er Nice, nice, nice Wenn ihr die M4 Munition habt, gib mir die Wo ist die M4? Ich hab sie M4 hier, M4 CL 30 Stück Ja, ja, gib mir die mal Geil, Alter Warte Ich hab Cenk irgendwie 70 Sniperkugeln oder so gegeben Wo steht die M4, warte, G17, ne hab ich nicht Ich hab G17 Munition Ich hab, äh, warte Gib dir, warte R700, ja oder so Ah, nee, nee Jun, gib mir G17 Ich brauch G17 G17, ne? Ja, was hast du? A, F, M, R oder R700? Sag ich dir gleich, warte, G17 Beides die gleiche Muni dafür R700 hab ich Gib, ja Gib G17 G17 hab ich dir hier Alles Hast du? Ja Na, warte Ja Ey, jetzt haben wir M4 Und jetzt können wir den auch wegballern, ey Safe Aber wir brauchen Medikits auch, ne? Ja, safe Ich hab grad mal eins, Digga Wieviel habt ihr? Einen Ja, wir müssen das große Wir müssen das große dort finden Da sind viele Okay Die hat der einfach alle umgebracht, oder? Was? Ja, Sigi hat ja alles gefickt Und am besten noch die Eishöhle finden für die Shotgun, wär auch gut Das Ding ist bei deinem 4, die hat hier richtig Rückschlüssel Da, 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 da Fiki, Fiki Eisraum Ja, da, da, da Ich steck fest, ich steck fest Jetzt ist der Gestalt Geh Yes Ah E? Wie? Der soll nicht... Der geht Der will bei Emris schlagen Jens, 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 jens Ich hab keine Munition mehr Scheiße, Mann Scheiße, Mann Gib ihn, gib ihn Gib ihn Jawoll Ich messe ihn, ich messe ihn Ach, verpiss dich, du hässlicher Annoten Hä? Wie kann der Falle machen? Wie weiss? Hä? Wie kann der Falle machen? Wie weiss? Ah Ja Ja, halt mal dein Maul geht deine Mutter mit dem Wissen, Alter Ähm, 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 ähm Ich hab keinen Medikin mehr und bin gleich tot Scheiße, Mann Weil wir abhauen Gleich Ja, weiss ich nicht Vor allem so bleibt das so lange in China, Alter Boah, ich hab den ausgedribbelt Der normale Bigfoot, der hat... Ich hab keinen Schuss mehr Der hat keinen Blasen, der Bigfoot Der hat wenig Leben, aber wir haben gut aus... Ich hab ihn 300 Mal gemessert Wurde, wir... Easy, Junge, wir machen den easy weg Der ist weg Ja, der hat... Ja, der hat auch nur noch, äh, 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 Digga, 430 Ich sag ja, die M4 macht's aber, ich hab keine Muni mehr Jiga, Junge, ich hab grad... Er hat mich auf den Boden geschmissen Ich hab ihn hundertmal gemessert Ich so, zack, 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 zack Ja, bringt das dann bei ihm überhaupt was? Ja, ja, ja Echt? Ein bisschen, du Ja, aber ist doch egal Snapper ist schon anstrengender bei dem, ey Boah, aber ist geil, Bro, der kommt von nix einfach, Digga Ja Die Frage ist, ob wir auch noch ne M4 finden, dann ist er eh weg Und Medikets, Medikets, auf jeden Fall Es gibt von der M4 nur eine Achso... Egal... Dann so alle zu dritt und zu viert, ich bin einer als Bigfoot, Digga, das ist krass Ja Kann man, kann man auch machen, ne? Einfach gar keine Munition, Digga, eine Pistole, Alter Ich auch nicht Wir müssen das große Dorf finden Pff, dann ist er weg, der ist safe weg dann Weg mit dem Ja, beim nächsten Mal, wenn er kommt, safe, Digga Ja, beim nächsten Mal, wenn er kommt, safe, Digga Noch paar Medikets und, ja Dieses Kamerazeichen, ne? Wo? Hier Komm mit, hier ist das ein Totem oder so Ja, nimm es auf Ich weiß nicht, wo das ist Da, hier Da, hier Loll Boah Hä? 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 Der Fangbaum ist auf mich aufgefallen Scheiße Da ist ein Bär, da ist ein Bär Da ist ein Bär Ich bin doch so ausgerechnet, Digga, in der Welt Warum fällt dieser Baum aus, ihn? Ja, da ist ein Übelst auf mich drauf geflogen, Digga Warum, Alter? Ja, Bigfoot wahrscheinlich dagegen gerannt Digga Ja, Bigfoot wahrscheinlich dagegen gerannt Ja, einfach Baumfeld Kommt, schlug doch nicht gegeben, Digga Und da warst du Auf meiner Maul Der vorne leuchtet, Junge, was heißt ein Haus? Ja, ein Turm Geil Ja, cool Hä? Der kommt wieder, der kommt wieder, glaube ich Ich hoffe nicht Oder nein, bitte nicht Da vorne ist noch ein Turm Wo? Leave me Ist das ein Haus oder was ist das? Nein, das ist dieses Seil Aber wir können das benutzen Tschüss, Digga Kann Bigfoot Design auch benutzen? Nein Gott sei Dank Genau, Digga, wahrscheinlich Das Ding reißt, wenn Das Ding reißt, wenn der sich da dran hängt, Alter Hehehe Ja, Mann Nee Ja, aber es ist extra so, dass es schwer ist, was zu finden, ist doch klar Ja, klar Sonst wäre das zu schnell Ich schätze mal Ich schätze mal, das Dorf wird irgendwo in der Mitte sein wahrscheinlich, denke ich mal Pfff, man soll ja die Map erken Man kann sich bücken, gell? Nutz Info Ja, bringen tut das nicht so schön Mit Alt Schon alt, oder? Mit Alt hast du, kannst dich bücken Alte, Dachim Frage A B E E E R D Frage A B E E R D Kommen wir, ich messeria dich Aha, was ist das? Fleisch! Fleisch! Ja, Mann. Ich hab... Ey, was ist das für ein Spiel? Bigfoot. Wo? Wie kann ich das Fleisch jetzt essen? Kannst du nicht, das ist für die Fallen. Achso. Ja, du jagst Bigfoot. Ey, der hat Lehm aufgefüllt ein bisschen, ne, der Pisser. Okay, was macht ihr da? Wir suchen Munition, Medikids und alles. Damit wir dann ausgerüstet sind, um gegen ihn zu kämpfen. Weißt du, was Bigfoot überhaupt ist? Ja. Großer, haariger Mann. Ähm, irgendwas mit Essen. Affe. Was ist das für Essen, Mann? Großer Essen? Oh, wisst ihr, ja, Bigfoot ist Essen, ja. Pommes, Burger. Ja, genau. Ja, genau. McDonalds, McDonalds. Bigfoot ist auch immer Big Mac. Big Speck. Er isst immer, er isst immer kackaläck. Big Mac. Da kommt, er leuchtet uns her. Sint uns, sint uns, sint uns, sint uns. Ich hab aber kein Leben. Er hat kein Leben, er hat kein Leben. Wir sind gefickt. Ich renn weg. Da leuchtet's. Ah, nee, das ist nur ne Lampe. Fuck. Fuck. Help me, oh. Schieß auf das Ding. Ja, ja. Scheiße. Nein. Komm her, komm her. Ja, ich bin nur am Boden. Danke. Ja, schießt mich an, Digga. Nein. Er stammt mich, Digga, ich bin so ein Depp, Digga. Oh, er ist schon mit den Eier, Mann. Tu dir mal eben. Warte, ich mal. Ja. Fick geht. Emrein Nummer 94. Oh, er töte mich komplett, ja, GG. Ja, Mann. Ja, ich bin tot. Ich muss das jetzt zu zweit machen. Ja, ja. Der hat mich gekillt. Bringt das was, wenn wir abhauen? Er haut ab. Loote mich, loote mich. Emrein kommt zurück und loote mich. Ich bin tot, komplett. Wohin willst du? Er hat mich gekillt. Ja, der läuft mir hinterher. Ja, der läuft Emrein da. Renn, Emrein. Soll ich weg? Renn, der kommt. Ich hab dich in meiner Hand, Bro. Dom ist, Dom ist so, schießt drauf. Er stammt. Der Emrein wird gestammt. Emrein wird jetzt auch gefinished, wahrscheinlich. Ja. Ja. Kann ich jetzt was machen? Ja, du kannst es wiederbeleben. Ja, bei dem Ding, ne? Ja, du musst es erst finden. Aber wenn der Pächer ist, kommt der jetzt zu dir. Aber wenn ich das geschafft habe, können wir Emrein auch holen? Ja. Ja, okay. Hier wäre das Dorf gewesen, Digga. Halt dein Maul. Ey, was laberst du? Genau jetzt, wo sind wir beim Dorf, oder was? Ja. Ich hab's gefunden. Ja, dann lass mich hier liegen und loote das Dorf. Ne, Bro, aber... Ja, loote lieber, du brauchst Milikids und alles, Digga, du bist am Arsch. Ja, ja, okay. Ich weiß nicht, ob ich Bock hab zu warten, deswegen, weißt du? Ja. Ja. Ja, du hast einen Menschen. Kann ich deine Waffe nehmen? Dein Schoß. Kann ich deine M4? Ja? Ja, du kannst mich looten. Kann ich die, kann ich die nehmen und die das zurückgeben? Ja, ja, nimm die einfach. Nimm alles von mir aus, ich hab. Sicher? Ja. Du brauchst das, Digga, wenn er wiederkommt. Ja, ja, ich nehm auch jetzt alles. Ich hab deine M4 jetzt. Du hast keinen Medikit, ey. Scheiße. Ja, aber hier liegt safe genug. Loote alles. Ja, ja, ja. Schau überall nach. Ja. Munitioner, oha, voll f... Warum jetzt auf einmal finden wir das, ey? Warum? Ja, jetzt, wo wir uns umgeklatscht haben. Es hilft, hab ich jetzt, ja. Ich benutze es direkt, weil sicher ist sicher. 79 Leben hab ich jetzt. Jetzt gucken wir mal hier irgendwo rein oder da. Digga, das gibt's doch nicht. Wir werden jetzt, wir hätten den jetzt weggekloppt. Ja, hätten wir auch. Hier ist geschlossen, komm ich nicht rein. Aber vielleicht von hier. Kann ich klettern, ja. Egal, Mann, wie kriegst du auch hin? War Top. Da, Medikit. Martin, du bist voll... Und die Gnappistole, um alles. Ey, Bro, ich hab so viele Sachen, die ich kack hab. Ja, die brauchen sie. Ja. Aber ich kann... Da ist die Gnappistole, geh rein. Wo? Links. Hinter dir. Hier? Au, was ist das? Hinter dir, hinter dir. Hinter dir. Da, Junge, auf dem Dingkorb. Oder was ist das? Auf dem Fass, auf dem Fass. Verstehst du vor? Hier? Ja. Was ist los? Äh, you can't attack the item. Ja, dann nimm die Patronen. Du hast wahrscheinlich meine, Signappist. Du, nimm die Patronen. Jo. Hab ich. Schieß ihn dann damit ab. Ja, da ist er gestunnt. Okay, dann kann ich wegrennen eigentlich, im Prinzip. Dann kannst du ihn abschießen, du hast wegrennen. Du kannst Kanister nutzen, fallen, die Pistole. Du müsstest ihn eigentlich alleine schaffen. Ja, aber trotzdem will ich euch holen. So, aber wenn der kommt, kommt der. Ja, loot erst mal das gesamte Gegentier. Ja, hier war ich schon. Dann komme ich nicht rein. Hier war ich ja sowieso schon. Hier? Ach, hier war ich noch nicht. Hier war ich noch nicht, Bro. Ja. Easy, Junge. Aber wenig Medikets. Buch. Kannst du nicht mitnehmen. Okay, das ist gut. Oha, auch nichts. Okay. Das haben wir noch eine Sachen. So, das pass. Das Gerau mitnehmen. Da liegt noch eine Signalfatrone im Schrank. Oha. Ohala. Nimm die Patrone. Und das Brecheisen. Im Prinzip kann ich euch so viel Sachen gang geben. Da ist Feuerwerk rechts. Rechts Feuerwerk, Feuerwerk. Oha, was ist das? Was bringt das? Das kann es auch zum Explodieren bringen. Hey. Ich darf immer boxen, rechts. Ja, du musst alleine hier schon. Hey. Nein, Bruder. Ich versuche allen zu wiederbeleben, wenigstens. Junge, wenn du uns wiederbelebst, dann bist du gelaufen und haben wir verloren. Ja. Okay. Raus. Das ist dann jetzt eine gute Übung. Boah, Junge, wie viele Sachen. Junge gegen Bigfoot. Eins gegen eins. Nein, Mann. Ich würde sagen, ich fang mal an. Ich nehme mal deinen Leicher, war mal mit. Da. Jetzt, ich versuche mein Bestes. Wenn er kommt, nehme ich ihn einfach. Mir scheißegal. Äh, aufzuheben. Untersuchung, aufzuheben. So. Ha, weißt du, kannst du mir einen Tipp geben, wo ungefähr, wo lang? Ich weiß es nicht. Ehrlich? Ich sehe ja nicht mehr die Met. Ja, doch. Mit M. Mach's am besten so, Digga, leg mich zu Emre und dann stell deine Kamera hin. Dann weißt du, wo wir liegen. Ja, aber such erstmal den Ort. Boah. Au. Hast du gehört? Welchen Ort? Ja, wo das, da, wo man halt wiederbelebt. Aber leg mich erstmal zu Emre hin und dann such erstmal einen Ort. Oder weil ich nicht wissen würde, Karte, ne? Ja. Ja, einfach umbrennen. Da liegt Emre, leg mich dazu. Leg dich einfach hier, ne? Ja, ja. Und stell eine Kamera hin am besten. Dann meinst du, dass wir hier... Warte, wie war das? Kamera, Kamera. Wo, hier? Fotokamera ist das? Ne, normale Kameras. Mach das Rad auf und dann hast du da normale Kameras. Warte, SF-Fall, Drohne, GPS-Fotogas, Signalpistole. Außer da hast du dich von mir genommen, dann hast du keine. Ich hab alles genommen, bro. Hier hab ich eine Kamera, aber ne, das ist auch falsch. Messer hast du nur drin, ne? Komm, mach mal Übertragung, Digga. Oder ich nehm mich einfach, Mensch, scheiß drauf. Den mach doch Übertragung, lass liegen. Ich hab alles von dir eingesammelt. Und wenn ich jetzt Q drücke... Bei GPS-Sensor, glaub ich, ist das. Oder Drohne. Links. Ah, warte. Alter. Links, links. Hier? Mal auf den GPS-Sensor, drück mal drauf. Wechsel mal, mit raus. Droht, was? Nein, tu wieder raus. Du kannst es anklicken, dann raus. Ja. Wechsel mal. Nee, falsch. Dann, wahrscheinlich, dann bei Drohne, wahrscheinlich. Eins drüber, eins drüber. Hier? Ja. Wechseln. Ah, Kamera. Letz? Stell einfach hin, dann weißt du, wo wir sind. Aber such erstmal den Ort, ja. Such lieber erstmal den Ort. Ja, nicht so viele, Digga. Kann ich einen wieder zurücknehmen, ja. Ja. Und der ist bei Emeter-Am auch, oder reicht das? Ist das in Ihnen der Nähe? Okay, überlegen wir hier beide, ja. Okay, dann mach ich, dann gehe ich jetzt. Such erstmal den Ort, weil sonst unnötig belasten. Wenn ich jetzt den Ort suche, kann ich dort auch eine Kamera einstellen, gell? Ja. Okay. Sorry, Tio. Medikids habe ich... Wir müssen da unten hin, wo noch viel frei ist. Weißt du, was das scheiße ist, ich habe alles gefunden, außer Medikids, viele. Wie viele hast du? Warte. Ja, ein. Das ist schlecht. Ja. Was ist da, Digga? Hä? Was? Denn da, wo noch viel offene Fläche ist. Spielgas, oder? Ich weiß nicht, da. Ich glaube, ich gehe gleich schlafen, ja. Ich muss morgen arbeiten. Kann ich runter? Ja, Mann. Ja, wir können das auch morgen machen.